Hallo, wie ihr seht, ist mein Smartphone Vorscheinwerfer, leider etwas wasserkondensiert. Um das auszugleichen, müsst ihr einfach die Motorhaube runternehmen und hier diese Gummikappe zum Entlüften lösen. Das ist auch richtig Gummi. Und ja, bei warmem Wetter kein Problem, sollte es in kürzester Zeit das Kondenswasser verschwunden sein. Was ihr nicht machen solltet, ohne Gummikappe durch Regen fahren. Ja, am besten mal übernachtbar warmem Wetter die Gummikappe lösen. Und das Draufsetzen geht auch wieder ganz einfach. So. Ich hoffe es hat euch geholfen so einen kleinen Tipp zu bekommen. Schaltet meinen Kanal ein. So Leute, so sieht es dann nach einer Nacht aus. Also richtig schön abgetaut sozusagen. Dann viel Erfolg beim Ausprobieren. Das ist mir eher auf dich. So jeden Tag. Wir sehen uns, beim nächsten Mal. �inate Noah. Wir gucken florzenriere Matograph, oder? Es wird auf dich? Wir gucken. Vielen Dank一些